Liebe Channeling-Freundinnen und Freunde, es ist jetzt nicht mehr lange hin bis zum Start des Kongresses. Am 23. Oktober ist es soweit. Es geht dann bis zum 30. Oktober. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Beiträgen für euch parat. Wir haben gesagt, es werden über 50 Channel-Medien. Wir werden euch auch diese Anzahl präsentieren können. 50 Leute sind es mit mehr als 50 Beiträgen, die in der Regel so eine Stunde, manchmal etwas mehr, manchmal etwas länger laufen. Und es ist eine wirklich unglaubliche Vielfalt an Material zusammengekommen. Wir haben einmal die Channelings als solche, wo wirklich Wesenheiten auch durchkommen und sozusagen ihre Botschaften an euch vermitteln. Dann haben wir aber auch eine Anzahl von Experten, die sich mit dem Thema Channeling schon lange beschäftigen und die euch dann Hintergrundinformationen auch geben in diesen Videos. Unter anderem auch jemanden, der darüber berichtet, wie man sich energetisch den Raum vorbereitet, um ein solches Channeling abzuhalten. In einzelnen Beiträgen wird auch berichtet darüber, wie man sich eigentlich schützt während des Channelings. Dann haben wir aber eben, wie gesagt, auch nur so einen Raumaspekt hineingenommen, weil wir wollen ja, dass das alles auch in einer guten, sauberen Atmosphäre stattfindet. Das alles steht vor euch sozusagen. Das kommt jetzt auf euch zu in den Kürze, in den nächsten Tagen wollte ich schon sagen, aber es ist ja nicht mehr lange hin bis zum 23. Oktober. Man kann schon fast sagen, in den nächsten Tagen. Die Vielfalt der Channeling als solcher sind noch kolossal. Ja, wir haben also, wie gesagt, diese Channeling von Wesenheiten. Wir haben Schreibmedien dabei. Wir haben Malmedien dabei. Es ist eigentlich nichts unerwähnt geblieben in der Vielfalt der Channelmedien unter diesen 50 Teilnehmern. Also wir sind völlig begeistert, wie ihr merkt. Es ist nicht mehr lange hin. Ich freue mich bereits darauf, euch auf diesem Kongress begrüßen zu dürfen. Und ich möchte, was ich eingangs kurz andeutete, aber dann verschluckte, doch noch darauf hinweisen, wir haben sogar so viel Material, dass wir es nicht in eine Woche bringen können. Wir werden diesen Kongress verlängern. Und was das genau bedeutet, darüber informieren wir euch noch. Wir wünschen euch viel, viel, viel Freude, viele Informationen, viel Erweiterung, viel Medialität, viel Spiritualität und vor allen Dingen Glück und Gesundheit.